Digital und Binnendifferenziert – das Potenzial digital gestufter Lernhilfen für den Biologieunterricht Herzlich willkommen im Aufbaumodul zum Kompetenzbereich Bewertung. Das Aufbaumodul Bewertung besteht aus insgesamt drei Einheiten. In diesem zweiten Lernvideo geht es nun darum, wie Bewertungsprozesse aufgebaut sind und wie sie die Bearbeitung von Bewertungsaufgaben mit Hilfe des VAGA-Modells strukturieren können. Doch zunächst schauen wir uns erst einmal an, wie Bewertungsprozesse ablaufen. Die Didaktiken der Naturwissenschaften haben verschiedene ethische Kompetenzmodelle entwickelt. Einige Modelle, wie das Göttinger Modell, legen den Fokus auf die ökologische Bewertungskompetenz. Das Oldenburger Modell beispielsweise strukturiert Fähigkeiten zur ethischen Urteilskompetenz für bio- und medizinethische Fragen. Die verschiedenen Modelle unterscheiden sich jedoch nicht nur hinsichtlich ihrer inhaltlichen Schwerpunkte, sondern auch in den Einheiten, mit denen Handlungsoptionen bewertet werden sollen. Einige Modelle verwenden hierzu Kriterien, andere ethisch-moralische Werte oder Argumente. Allen Modellen liegen jedoch ähnliche Entscheidungselemente zugrunde. Zuallererst wird das Problem erfasst und mögliche Handlungsoptionen formuliert. Darauf aufbauen werden Argumente gesammelt oder Bewertungskriterien entwickelt, um dann anschließend diese zu gewichten und eine Entscheidung zu treffen. Immer zu Beginn eines Bewertungsprozesses befindet sich ein biologisch-ethisches Entscheidungsproblem, das mehr oder weniger komplex ist und sich in einem Konflikt zwischen mindestens zwei unvereinbaren Handlungsoptionen oder Werten und Normen äußert. In dieser ersten Phase des Bewertungsprozesses geht es zunächst darum, dieses Entscheidungsproblem zu erfassen und strukturiert darzustellen, sowie die erforderlichen Hintergrundinformationen einzuholen, um es zu verstehen. Zusätzlich werden Handlungsoptionen, also Kompromisse, Mittelwege oder Alternativen gesammelt und so nach Lösungsmöglichkeiten gesucht. Nun geht es darum, die Wertebezüge des Konflikts zu identifizieren. Das Ziel ist immer die Argumentation für oder gegen einzelne Handlungsoptionen. Hier gibt es nun zwei Möglichkeiten. Für die im Schritt eins gesammelten Handlungsoptionen formulieren die SchülerInnen Argumente. Nach dem praktischen Syllogismus besteht ein ethisches Argument in seiner Grundform aus einer Ist-Aussage, auch deskriptive Prämisse genannt, und einem direkten Bezug auf eine ethische Norm, der Sollaussagen, auch normative Prämisse genannt. Ist- und Sollaussage werden dann über eine Schlussfolgerung logisch und folgerichtig miteinander verknüpft. Alternativ ist es auch möglich, Argumente vorzugeben, sodass dann die SchülerInnen überprüfen müssen, ob die Soll- und Ist-Aussagen passen. Wie das konkret aussehen kann, haben wir Ihnen hier im Beispiel eingeblendet. Eine zweite Möglichkeit wäre es, dass die SchülerInnen Kriterien als weniger komplexe Bewertungseinheit nutzen und jeweils prüfen, inwieweit die Handlungsoptionen einem bestimmten Kriterium, zum Beispiel Wirtschaftlichkeit oder dem Artenschutz, gerecht werden. Zum Schluss folgt die Gewichtung und Entscheidung für eine Handlungsoption auf Grundlage der Argumente oder der Kriterien. Durch Dokumentations- und Visualisierungsinstrumente, wie hier rechts die dargestellte Bewertungstabelle, kann eine Gewichtung strukturiert und übersichtlich dargestellt werden. Vielen Dank, Frau Neumann, für die hilfreiche Einordnung. Ein Modell, welches dieses von Ihnen vorgestellte allgemeine Entscheidungsmodell aufgreift, ist das WAGA-Modell. Das WAGA-Modell ist ein Strukturmodell für ethische Bewertungskonzepte. Es wurde von VertreterInnen der Fachdidaktiken und der Unterrichtspraxis der Fächer Biologie, Chemie und Physik entwickelt. Es ist ein fächerübergreifendes Modell, welches mittels seiner Strukturierung die Komplexität und den Zeitaufwand reduzieren kann. Den Link zur Publikation finden Sie hier eingeblendet. Die Bezeichnung WAGA ist ein Akronym, welches sich aus den Teilschritten W wie Wahrnehmen, A wie Analysieren, A wie Argumentieren, G wie Gewichten, E wie Entscheiden und R wie Reflektieren zusammensetzt. Dieses Vorgehen entspricht der zuvor vorgestellten gängigen Schrittfolge in Bewertungsprozessen. Doch wie sehen die einzelnen Schritte im Detail aus und vor allem, wie lassen Sie sich in der Unterrichtspraxis einsetzen? Dazu werden wir in diesem Video immer wieder Bezüge zu einer Beispielaufgabe herstellen, um Ihnen einen möglichen Transfer in die Praxis aufzuzeigen. Die Aufgabe, die wir hierfür nutzen, sehen Sie hier eingeblendet. Sie lässt sich dem Themenfeld Umweltethik zuordnen und ist für die Jahrgänge 5 bis 7 vorgesehen. Die ganze Aufgabe finden Sie auch zum Herunterladen hier in diesem Modul. Wie von Frau Neumann schon gehört, geht es ja immer zu Beginn eines Bewertungsprozesses darum, das biologisch-ethisches Entscheidungsproblem zu erfassen und Handlungsoptionen zu sammeln. Auch der Bewertungsprozess im WAGA-Modell beginnt mit dem bewussten Wahrnehmen eines Entscheidungskonflikts. Kennzeichnend für diesen Entscheidungskonflikt ist die moralische Relevanz und eine normative Komplexität. Das bedeutet, dass es eine Vielfalt an Interessen, Normen und Perspektiven gibt. Vor allem diese erste Phase kann auch genutzt werden, um Emotionen zu sammeln und der Intuition einen Raum zu geben. Wie sieht dieses nun ganz konkret in unserem Beispiel aus? Die zentrale Frage des Entscheidungskonflikts ist in diesem Fall die Frage, soll der Sportplatz einem naturnahen Schulhof weichen? Erste Impulse der SchülerInnen könnten sein, ich spiele eh kein Fußball und finde mehr Bäume und Schatten besser. Ein Impuls, der dieser Meinung gegenüber steht, könnte lauten, eine Pause ohne Fußball und Basketball kann ich mir nicht vorstellen. Nach der Erfassung des Problems folgt das Analysieren weiterer Handlungsoptionen. Die zentrale Fragestellung ist hier, was könnte man tun, um den Konflikt zu lösen? Je nachdem, welche Ausgangssituation vorliegt, können zwei gegensätzliche Handlungsoptionen also ja oder nein bzw. entweder oder erläutert werden. Aber auch die Sammlung von Kompromisslösungen oder Pro-Contra-Listen kann als Grundlage der Analyse dienen. Werfen wir einen Blick auf das Praxisbeispiel. Es gibt zahlreiche weitere Handlungsmöglichkeiten wie Kompromisse, Mittelwege oder Alternativen. Zum Beispiel könnte die Betonfläche auf dem Fußballfeld durch Rasen ersetzt werden oder auch das Anlegen alternativer Bewegungsmöglichkeiten zwischen neu gepflanzten Bäumen, zum Beispiel in Form von Slacklines. Wie kann eine Umsetzung des Wahrnehmens und Analysierens nun im Unterricht aussehen? Der Einstieg wird bestenfalls so gewählt, dass der Konflikt von den Lernenden erkannt wird, unterschiedliche Interessen verdeutlicht werden sowie direkt Stellung bezogen wird. Bei unserem Schulhofbeispiel wäre ein möglicher Einstieg ein Bildimpuls verschiedener Architektenpläne. Hier könnten Unterschiede genannt, Perspektiven einzelner Lerngruppen gesammelt und eine intuitive Entscheidung abgefragt werden. Dieses ist auch super mit digitalen Tools wie Forms, Mentimeter, Tweetback oder AdKimo möglich. Erst danach werden mögliche Handlungsoptionen identifiziert, dieses immer mit dem Blick auf mögliche Lösungen des Konflikts. Hierzu könnte man in unserem konkreten Beispiel Presseartikel anderer Schulen in Deutschland oder Sachtexte zur Schulhofbegrünung anführen. Durch diese Unterstützungsmaterialien bekommen die Lernenden einen Einblick in verschiedene Perspektiven und können so leichter unterschiedliche Handlungsoptionen identifizieren. Kommen wir nun zum nächsten Schritt, dem Argumentieren bzw. Prüfen der Argumente. In dieser Phase werden möglichst vielfältige Argumente zusammengetragen. In einem zweiten Schritt werden die Argumente hinsichtlich ihrer Tragfähigkeit geprüft. Ein vollständiges Argument besteht, wie zu Beginn gehört, aus zwei sich ergänzenden Aussagen, der Ist- und der Soll-Aussage. Zuerst werden die Ist-Aussagen geprüft. Die zentrale Frage ist hier, stimmt das überhaupt? Dabei befinden wir uns auf der naturwissenschaftlich-faktischen Ebene. Im Anschluss werden die Soll-Aussagen der Argumente untersucht. Die Leitfrage ist hier, ist das überhaupt eine berechtigte Forderung? Dabei müssen die Interessen aller Seiten berücksichtigt werden. Alternativ, und das entspricht dann dem kriteriengeleiteten Bewerten, können auch die vorliegenden Handlungsoptionen dahingehend überprüft werden, ob sie bestimmten Kriterien, wie zum Beispiel Wirtschaftlichkeit oder dem Artenschutz, entsprechen. Werfen wir einen Blick auf das Praxisbeispiel. In unserer Schulaufgabe ist die Liste an möglichen Argumenten lang. Eine Ist-Soll-Aussage ist hier beispielsweise, Es hat sich gezeigt, dass Bewertungsprozesse davon profitieren, wenn Lernende in authentische Aushandlungsprozesse involviert werden. Ein widersprechendes Gegenüber führt häufig zu tieferen Begründungen. Eine aufwendige Recherche in verschiedenen Medien zum Sammeln der Argumente ist sehr zeitintensiv. Hier könnten durch eine Vorauswahl an Argumenten oder auch die Vorgabe von passenden Sachtexten oder ähnlichem der Zeitaufwand reduziert werden. Auch ist es möglich, nur unvollständige oder bewusst fehlerhafte Argumente vorzugeben, die dann von den SchülerInnen ergänzt werden. Zum Sammeln der Argumente bieten sich verschiedene digitale Tools an, die hier dargestellt sind. Auf Chialopedu gehen wir im dritten Lernvideo dieses Moduls noch genauer ein. Am Ende des Bewertungsprozesses werden die Argumente oder Kriterien gewichtet und anschließend eine Entscheidung getroffen. Das Ziel des Gewichtens ist es, die Argumente gegeneinander abzuwägen und damit zu gewichten. Möglich ist das zum Beispiel mit Hilfe einer einfachen Rangfolge oder mittels Skalen. Mit der Sammlung, Prüfung und Gewichtung aller Argumente ist nun eine Grundlage geschaffen, um eine Entscheidung zu treffen und zu begründen. Eine mögliche Gewichtung kann anhand einer Plus-, Null-, Minus-Bewertung erfolgen, wie es hier am Beispiel der Argumente für den grünen Schulhof dargestellt ist. Hier sehen Sie eine beispielhafte Entscheidung einer Schülerin, die sich für die Neugestaltung des Schulhofes ausspricht. Ich halte eine positive CO2-Bilanz sowie den Schutz der Artenvielfalt für sehr wichtig. Auch der Vorteil, dass mehr Schattenplätze entstehen, halte ich für wichtig. Weniger wichtig finde ich die Argumente, Bewegungsmöglichkeiten und Kosten. Durch einen geschickten Kompromiss könnten sogar zusätzliche Angebote, wie zum Beispiel Kletterelemente oder Meersitzmöglichkeiten entstehen. Die Kosten könnten durch Mithilfe bei der Anlegung und Pflege gesenkt werden. Daher bin ich für die Umgestaltung. Wie sieht es in der Praxis aus? Es bietet sich an, die Entscheidung spielerisch darzustellen, indem beispielsweise ein Rollenspiel durchgeführt wird. Im Fall der Schulhofgestaltung könnte eine Sitzung der Schülerinnenvertretung nachgespielt werden. Auch die Verschriftlichung des Ergebnisses, zum Beispiel in Form eines Textes für die Schulhomepage oder einer E-Mail an die Schulleitung oder Stadtverwaltung, sind gute und praxisnahe Möglichkeiten im Bewertungsprozess. Im digitalen Raum können Begründungen beispielsweise in Form eines Weblogs oder eines Stop-Motion-Rollenspiels veröffentlicht werden. Eine tolle Möglichkeit, Entscheidungen durch Gewichten zu treffen, bieten die Argumentenwippe oder Kialo Tedu. Zum Abfragen von Entscheidungen bieten sich digitale Umfragetools wie zum Beispiel Mentimeter, Microsoft Forms oder Tweetback an. Der letzte Schritt im Vagermodell, die Reflexion, kann auf verschiedene Arten und Weisen gestaltet sein. Es ist möglich, einen Vorher-Nachher-Vergleich anzuführen oder auch eine Methodenkritik oder eine Folgenreflexion anzuschließen. Bei einer Folgenreflexion zum Beispiel könnte eine besondere Interessengruppe näher in den Blick genommen werden. Hier sind beispielsweise ein Vorher-Nachher-Vergleich oder der Vergleich der verschiedenen Gruppenentscheidungen interessante Aspekte, die beleuchtet werden können. Bei der Methodenkritik oder auch Prozessreflexion soll vor allem der Mehrwert dieser Methode bestimmt werden. Noch kurz ein Tipp für Ihre Praxis. Eine zentrale Vorgehensweise, die Komplexität und den Zeitaufwand zu reduzieren, besteht darin, gezielt Schwerpunkte zu setzen und Teilkompetenzen anzusprechen. Hier bietet das Vagermodell den großen Vorteil, dass sich drei Grundtypen unterscheiden lassen. Zum Grundtyp 1 gehören die Teilbereiche wahrnehmen und analysieren. Zum Grundtyp 2 gehört die Argumentation. Der Grundtyp 3 umfasst die Teilbereiche gewichten, entscheiden und reflektieren. Wie Sie sicherlich gemerkt haben, haben wir diese Strukturierung auch schon in die Konzeption dieses Videos einfließen lassen. Tolle Beispielaufgaben zu jedem der drei Teilbereiche und für alle Klassenstufen finden Sie auf der Seite des Landesbildungs-Server Baden-Württemberg. Den Link dazu sehen Sie oben eingeblendet. Super! Vielen Dank, Luis, für diese hilfreichen Tipps. Zum Schluss möchte ich gerne die Inhalte dieses Moduls kurz zusammenfassen. Sie haben das Vagermodell zur Strukturierung von Bewertungsprozessen kennengelernt. Das Modell können Sie auch für andere naturwissenschaftliche Fächer nutzen bzw. übertragen. Mittels seiner Strukturierung und seiner Aufteilung in einzelne Teilschritte kann die Komplexität und der Zeitaufwand reduziert werden, sodass zentrale Hürden in der Förderung der Bewertungskompetenz überwunden werden können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017